Ihr Lieben, ich komme ganz frisch zurück aus dem Urlaub. Noch habe ich mein Badehandtuch bei mir, obwohl ich nicht wirklich gebadet habe. Aber es war einfach eine wundervolle Zeit. Ich weiß, dass für die meisten von euch der Urlaub schon ein kleines bisschen zurückliegt, denn die Sommerferien sind ja schon eine Weile her. Aber vielleicht ist der eine oder andere schon dabei, in die Herbstferien zu starten und dann passt das, wenn ich nochmal mit diesem Thema komme. Ich habe im Urlaub einiges ganz Interessantes gelesen. Ich habe auch tolle, nette Leute besucht und Orte gesehen und angeschaut. Aber ich habe auch was gelesen. Und zwei Dinge davon in diesem Impuls und auch in einem weiteren, der irgendwann später noch kommt, wollte ich euch davon berichten. In dem Urlaub, den ich gemacht habe, habe ich mir ein Bibelbuch durchgelesen, und zwar das Buch Jeremia. Altes Testament, 52 Kapitel, da ist es schon gut, wenn man ein bisschen Zeit hat. Und das ist unglaublich interessant, auch so ein dickes Bibelbuch, 52 Kapitel, mal am Stück zu lesen. Und drei Sachen sind, dass die mir so aufgefallen sind. Gott ist wirklich ernst zu nehmen. Das ist das Ernst, das Erste. Und das Zweite, es gibt immer Hoffnung. Und Gott meint es gut mit uns. Und um diese drei Punkte so ein bisschen zu unterstützen, wollte ich einfach eine ganze Reihe von Versen daraus vorlesen. Das Erste unter dem Stichwort, Gott ist wirklich ernst zu nehmen, da geht es darum, dass Jeremia von Gott reden soll. Und da habe ich hier schon gleich was gefunden. Mach dich auf und rede zu ihnen alles, was ich dir gebieten werde. Das sagt Gott zu Jeremia, nachzulesen Kapitel 1, Vers 17. Mach dich auf und rede zu ihnen alles, was ich dir gebieten werde. Vielleicht kennt ihr diesen Spruch, wie ein Jeremias zu sein, das heißt schlechte Nachrichten zu überbringen. Und Jeremias hat sich mächtig unbeliebt gemacht, weil die Leute nicht hören wollten, was er gesagt hat. Er hat nämlich sehr ernste Worte gesprochen. Und Gott hat immer wieder gesagt, wenn ihr so weitermacht, dann wird das Böse enden. Zum Beispiel in einem weiteren Vers, das habe ich hier auch mitgebracht. Erkenne doch und sieh, dass es schlimm und bitter ist, wenn du den Herrn, deinen Gott, verlässt. Und wenn bei dir keine Furcht vor mir ist, spricht der Herr, der Herr der Herrscham. Ein ganz ernstes Wort, das hören wir nicht gerne. Wir hören ja viel lieber, wie sehr Gott uns liebt. Aber das ist so eine Mahnung. Erkenn doch, wie schlimm und bitter das ist, wenn du den Herrn, deinen Gott, verlässt. Wenn du einfach irgendwas machst, was dir gefällt und dich überhaupt nicht darum scherst, was Gott möchte. Und damit ist Jeremias losgezogen und hat dem Volk tatsächlich dann auch davon erzählt. Und das Volk, wie auch wir heute, glaube ich, neigt immer wieder dazu, die Dinge selber in die Hand zu nehmen. Sich nicht um Gott zu scheren. Im Zweifelsfall einfach zu machen, wozu wir Lust haben und nicht darauf zu achten, was für andere gut ist und was Gott eigentlich möchte. Und da kommt eben meine Aussage her, Gott ist sehr ernst zu nehmen. Und das kommt dann ja auch zu einer richtig, richtig schweren Krise für das Volk Israel, wie das hier in diesem Buch beschrieben ist. Die werden angegriffen, die werden besiegt und verschleppt. Und da kommt aber das Nächste dann zutage. Es gibt Hoffnung. Es bleibt nicht in so einer schlimmen Situation. Und es gibt einen ganz, ganz berühmten Vers, der wird gerne auch für Konfirmationen oder für irgendwelche Situationen, wo Trost gebraucht wird, benutzt. Das ist Jeremia 29. Das macht Hoffnung. Es bleibt nicht so. Auch in der allerschlimmsten Krise, das bleibt nicht so. Vielleicht gehörst du zu denen, die regelmäßig in der Bibel lesen und sogar diesen Bibelleseplan verfolgen, den viele nachlesen nach der Losung. Dann beginnt heute, am 5. Oktober, dort das Buch Jeremia. Und du kannst ja mal in den folgenden Wochen, wenn ihr da so durchstöbert, gucken, ob dir das auch begegnet, dass Gott sehr ernst zu nehmen ist, aber dass Hoffnung ist und dass er es gut meint. Und am Ende tatsächlich die Rettung ankündigt für alle die, die nach ihm suchen. Denn das ist auch ein bekannter Vers. Wenn ihr mich von ganzem Herzen suchen werdet, so will ich mich von euch finden lassen. Du kannst ja mal schauen, ob du dich auch inspirieren lässt und dieses Buch nachliest. Ich wünsche dir einen wunderschönen Tag. Ich wünsche dir einen Tag. Ich wünsche dir zwei pounder Vers.